so okay warte mal wo sind die beiden da und da also gehen wir erst zu dem hier hin also ich finde hier kommen heute besser voran als gestern bei robin hood so dann gehen wir erst zu den rechten rüber warum ach so oh lauf gerald mensch der macht weg was die astro kämpften barfuß die sirenen haben sie wohl überrascht waren wohl plünderer Hä, warum hat der jetzt... Da ist was. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzel. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Folge mit Helfer zu den Spuren. Oh, dieses Schwert, dieses Blinkenei. Ist direkt im Bau eines Neckars gelandet. Hat ihn aber erledigt. Ganz schön C, die Skelliger. Okay. Achso. Weiter, weiter, weiter. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Hier irgendwo was. Entdecke 100 Strähreisepunkte. Jawollo, nächste Errungenschaft. Das ist echt selten bei Richard May. Hat man jetzt nicht so oft eine Errungenschaft, ne? Und es gibt aber auch unfassbar viele. Was der alles sehen kann. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat viel Blut verloren. Okay. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Da ist er. Du hast einen neuen Quest gegengestellt. Er hat bereit. Okay. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen. Wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Muss einer von Chalmas Männern sein. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Troll. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frage mich, ob er noch lebt. Okay. Was ist das nächste hier, Auffahr? Wir düsen nach da oben, oder? Ich finde, mit Hilfe wird er eine Hexe sind, den Mann in den Trollen gefangen haben. Ist aber oben, ne? Nicht in der Höhle, oder? Oder ist das im Höhleneingang? Wir laufen da mal hin. Sieht aber so aus, als ob es oben wäre, ja. Oh, oh, warte mal. Achso, hier. Aber diese Fliegenschütze, Leute, da wieder hier, ey. Hau ab, Mann. Oh, ich finde die so schrecklich, ne? Wieso kann ich die Kiste nicht öffnen? Na jetzt. Oha, ein Rüstungsteil? Oh, besser. Aber hat auch nur einen Platz für Runensteine, ne? Okay. Okay. Gut. Der Punkt ist dort. Achso, ich bin hier in der ganzen Dings. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier oben richtig bin. Bin mit Hilfe der Hexensee, den die Trollen gefangen haben. Oha, der ist wieder weggeflogen. Er ist wieder weggeflogen. Ja. Canva. Uns haben wir rauf. Wo ist er? Komm ran hier! Hier oben ist alles ruhig eigentlich. Aber wenn ich da einen Satz mache, ist es aber auch vorbei, ne? Hier ist nichts, oder? Nee. Das war nicht mein Plan. Das war gar nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. Ich glaube, es war richtig, bis hier ist es dann wieder hochzukommen. Oh no! Hey, aber mir doch nicht. Mir doch aber nicht. So ein Kacki, auch nur diese scheiß Scheulen, warum kann ich da nicht drauf laufen? Da steckt der Schatz, scheiß auf den Schatz. Das wird da so nichts. Ähm... Scheiße! So ein Kacka. Boah, hier sind wir leider außerhalb von diesem Feld. Boah, das ist aber auch ein riesen Umweg. Vielleicht sollte ich einfach den normalen Weg gehen. Jetzt hätten wir auch keine Markierung mehr an jetzt, ne? Also kein Weg. Ich denke mal, es macht hier Sinn. Gibt es da irgendwo die Möglichkeit rüber zu kommen? Ja, komm, dann machen wir den erstmal hier. Das ist der, ne? Ja. Dann machen wir den erstmal. Wenn wir da jetzt eh schon so gerade dran sind. Ihr könnt mit der letzten Sinne, die Ruine und sowas kommen, ja, so ein Zeichen, vielleicht wäre das Anwesenheit. Jawollo. Oh, 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 oh So, was gibt es hier? Nichts. Okay, das hast du aber selten, dass es hier nichts gibt. Es gibt doch immer was. Es gibt nichts. Ich habe das, Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Okay. Winnie lässt es blubbern. Blubber-Party. Neue Markierung. Es blubbert im Karton. Genau richtig rum. Winnie macht Wasser. Aggie macht Keks. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Nehmt euch gerne einen Keks. Bin ich überhaupt richtig? Hm, ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Ich? Na denn nicht. Ähm, ich speichere das mal gerade ganz kurz rüber. Was tropft da so? Das ist der Zahn. Das ist der Honigtopf, Winnie. Der schon ganz voll ist und er tropft. Oh Mensch, Gehreit. Okay, warte. Hä? Achso. Okay, wir machen hier... Gehen, ne? Puh, Bär, Winnie, der Puh, Bär. Okay, wir müssen da hin. Boah. Da würde ich da vorne hingehen. Gerade außer dem rechts rum. Oh ja, es leckt. Ja, es leckt. Wir gucken einmal, ob das schon reicht. Danke auf jeden Fall für's Bescheid geben. Ägge und Winnie. Das hat bei mir nämlich nicht geleckt. Diesmal. So. Gehen wir hier hin. Wie komme ich denn auf diese Seite da? Was von hier ausschaffen? Ich gucke mal. Wir gucken mal. Der zeigt uns auf jeden Fall jetzt den Weg an. Okay, gut. Was ist da? Achso. Ein Ast. So wohl ein Ast ab, Junge. Ich will hier auch mit Plötze nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu hoch hier alles. Das weiß ich nicht. Das tut dem Plötz, glaube ich, nicht gut. Okay. Der Clan anquält. Okay. Er hat aber nichts, ne? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Mann. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, hier sind wir jetzt. Ich will, glaube ich, ein bisschen zu buggy. Seite. Zacke. Mal mal rüber gucken. Verleckt. Jetzt ist es so hoch hier weg. Ey, warte mal. Ich will mich gerade komplett verarschen. Habe ich mich gerade wirklich von dem, wo ich gerade stehe, mich da hoch teleportiert, um von da wieder nach da zu latschen? Okay. Ob ich vielleicht ein bisschen sauer bin? Da müssen wir irgendwo hin, hoch, hin, hin, hoch, hin, her. Mal vorhin meditieren. So, jetzt aber, oder? Sollte passen. Weil er zeigt mir keinen Weg an. Das irritiert mich ja wieder, Ur. Das muss ja ein Höhleneingang sein, denn. Das muss ja ein Höhleneingang sein, denn.